Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Persona 5. Wie ihr seht, ich habe den Palast inzwischen verlassen. Dort haben wir nämlich fast alles gemacht, was man so machen kann. Das bedeutet, wir könnten jetzt theoretisch schon die Calling Card senden. Allerdings, äh, erstens, es gibt dort noch eine Schatztruhe, die ich will. Das heißt, ich müsste mir jetzt direkt mal Lockpicks machen. Zweitens, ich habe immer noch sechs Tage Zeit und die wollen natürlich nicht verschwendet sein. Und das heißt, ich möchte jetzt ein paar Sachen machen, die ich bisher so ein bisschen vernachlässigt habe. Und während ich mich hier mal ans Tresen setze und mich an die Arbeit mache, erkläre ich euch auch mal was. Nämlich, wir haben Kawakami immer noch nicht angerufen. Das ist unsere Lehrerin, ihr erinnert euch vielleicht, die ist bei einem Hostessenservice, macht da einen Nebenjob. Und das Ding ist, ich habe im Internet mal wieder ein kleines bisschen recherchiert. Ja, ich weiß, nochmal für die, die es immer noch nicht wissen. Ich, ähm, bei solchen Spielen ist es so, es gibt zwar ein paar Sachen, da sage ich, das will ich alleine rausfinden. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht durchlesen, wie man durch einen Palast durchkommt oder welche Taktik man bei einem Bossgegner anwendet. Aber wenn es zum Beispiel um solche versteckten Sachen geht, wie diese Confidence zum Beispiel, dass ich die auch wirklich alle finde und versuche deren eigene Storyline, denn die haben alle eine eigene Storyline, die, wie ich jetzt gelesen habe, am Ende sogar dann auch einen eigenen Quest im Mementos hervorbringen kann, wenn man weit genug mit denen befreundet ist. Äh, solche Sachen will ich nicht verpassen, weil die sind leicht verpassbar. Und gerade das mit Kawakami. Es ist nämlich so, Kawakami ist der Temperance Confident. Davon habe ich auch schon ein Persona. Natürlich noch ohne Arcana-Burst. Wir machen weiter. Ich mache immer weiter Lockpicks. So brauchen die ja schließlich auch später mal noch. Und das Ding ist, man hat hier nur bis zum 18. November im Spiel Zeit, Kawakamis Zuneigung auf den höchsten Stand zu bringen. Das ist deswegen so wichtig, weil Kawakami auch wie alle anderen Confidence bestimmte Fähigkeiten, oder was heißt Fähigkeiten, ich sag mal bestimmte Möglichkeiten freischaltet. Bestimmte Perks, könnte man sagen. Und die sind gar nicht mal so unnütz, denn erstens, auf der ersten Stufe, also wenn ich sie dann heute Abend anrufe, bekomme ich die Möglichkeit, dass ich in ihrem Unterricht, wenn ich bei ihr Unterricht habe, divers, also es stand im Internet nur was von diversen Aktivitäten. Ich gehe mal davon aus, man kann dann zum Beispiel Bücher lesen. Das wäre natürlich super gut, weil Bücher geben einem ja recht große Boni auf Social Stats. Und direkt mal rein. Ich weiß gar nicht, wie viele man jetzt hintereinander machen kann. Na egal. Zurück zum Thema. Wenn ich meine Beziehung mit ihr noch weiter ausbaue, kann sie für mich Aufgaben übernehmen. Das ist ziemlich cool. Kann man sich aber denken, wenn man bedenkt, dass sie ja wie gesagt so eine Art Hausmädchenservice angehört. Sie ist nicht direkt eine Prostituierte. Das wäre komplett falsch. Sie ist, es ist ein erotischer Hausmädchenservice. Das kann man, denke ich, so sagen. Und das heißt, sie kann unter anderem Kaffee für uns kochen. Dann muss ich das nicht mehr selber übernehmen. Das ist ja auch, wenn man mal bedenkt, wie knapp die Zeit hier ist, relativ happig. Eine komplette Aktivität für einen Tag verschwenden, um eine Einheit Kaffee zu kochen. Damit kann ich zwar einmal meine SP um 30 wieder erhöhen, aber trotzdem nur einmal Kaffee kochen. Oh, ist Homeshopping wieder dran? Freeze Spray. Ich denke mal, das ist gegen Verbrennung, oder? Ja, aber nein. Brauchen wir nicht. Ich behalte mein Geld lieber. Ja, also sie kann unter anderem Kaffee für uns kochen und später dann auch Wäsche waschen. Und wenn wir sie auf die höchste Stufe bringen, kann sie sogar diese Lockpicks für uns herstellen. Also das heißt, für solches Zeug muss ich dann keine Zeit mehr aufwenden und hab eben, ja, dann Zeit für andere Sachen frei. So. Und dann rufen wir sie jetzt mal an. Aber wie gesagt, man kann ihren Rang, ihren Confident Rank, nur erhöhen bis zum 18. November. Deswegen soll ich das unbedingt mal machen. Hallo Kawagami. Und übrigens, man kann sie sogar romancen. Das geht auch. Also man kann sogar eine Romanze mit ihr eingehen. Was ein bisschen seltsam ist, wenn man bedenkt, dass sie halt unsere Lehrerin ist. Na? Oh ja. Soll es schon auch gegeben haben. Immerhin beim aktuellen französischen Präsidenten. Ja, der Macron ist mit seiner ehemaligen französischlehrerin. Liard. Also, naja. Jeder wie er will. Steht mir nicht zu, sowas zu verurteilen. Allerdings, ich hab da jemand anderen ein Auge gefasst, äh, von einer Person, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Aber ich verrate da mal nix, ne? So, ja, dat is mein Raumtun sein. Oh, never mind. So, welchen Kind bist du? Ein männliches mit schwarzen Haaren. Ja, ja, das stimmt definitiv. Ja, das liegt daran, dass ich in der Pubertät bin. Ich hab keine Freunde. Klar hab ich Freunde, aber, ja, gerade waren die nicht da. Also ich war ein bisschen einsam. Oh, das ist richtig. You have a criminal record. Nya. Okay, then, how about this? I'll let you skip class a few times. Yo! It's tough not having any place where you belong, isn't it? However, I reserve the right to change my mind if your grades drop. Das klingt perfekt. Dankeschön. Ja, und jetzt müssten wir den nächsten Confident freigeschalten haben. Da bin ich mir sogar sehr sicher. Ach nee, jetzt sag nicht, dass Say jetzt auch zu der was zu sagen hat. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Mit Aktivitäten während ihrem Unterricht. Das bedeutet schlicht und ergreifend an den Tagen, an denen wir mit ihr Unterricht haben, haben wir quasi eine extra Aktivität. Also im Endeffekt, Kawakami ist ein sehr nützlicher Confident, wenn man es mal bedenkt, weil sie sorgt einfach dafür, dass wir mehr Sachen machen können. Sie übernimmt später Aufgaben für uns und gibt uns hier während ihrem Unterricht eine weitere Aktivität. Allerdings habe ich gelesen, das ist dann auf Rang 5 nochmal so. Ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht nur jede zweite Stunde bei ihr schwänzen können und später dann wirklich jeder. Egal, egal. Ja, also hier seht ihr es nochmal, ne? Also wir haben dann Klinik mal den Unterricht frei. So, Slack auf. Und es gibt noch eine zweite Confident, die ich theoretisch jetzt freischalten könnte. Ähm, und zwar, erinnert ihr euch noch in diesem Rotlichtbezirk? Da gab es doch eine Wahrsagerin. Sie ist auch eine Confident, und zwar der Star-Confident, der Stern-Confident. Und die ist semi-nützlich. Wir müssen 100.000 Yen bezahlen, um sie überhaupt freizuschalten. Allerdings ab einem bestimmten, äh, Rang schalten wir bei ihr dann die Fähigkeit frei, dass wir einen bestimmten Social-Stat boosten können. Das bedeutet, wir können, also wir kriegen dann quasi einen Boost, und wenn ich diesen Social-Stat trainiere, dann kriege ich extra Punkte dafür. Der wächst dann schneller an. Und das gleiche gilt dann nochmal für die Beziehung mit anderen Leuten, dann auf einer anderen Stufe. Dafür ist die ganz gut. Man kann hier bestimmte Sachen mit ihr halt ausmerksam, aber wie gesagt, es kostet halt, äh, bei dieser Wahrsagerin 100.000 Yen zum ersten Mal. Au, ja. Wieso? Oh, okay. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, wie man das übersetzen kann. Ich würde jetzt einfach mal frei übersetzen und sagen, sie wird einfach nicht sehr oft angefragt. Vermutlich, weil die Tatsache, dass sie halt eher eine, sagen wir, anständigere Person ist, ist sie halt von ihrer Einstellung her nicht so geeignet für diesen Job. Das merkt man ja an. Deswegen wird sie nicht so oft angefragt. Und deswegen würde es ihr in ihrem Lebensjob sehr helfen, wenn wir sie eben stattdessen anrufen. Und sie wird es uns dafür einfacher machen, äh, den Unterricht zu schwänzen. Dankeschön, dass wir unseren Service benutzen. Yang Yang geschehen. Okay, alles klar. Na, das hätten wir dann also. Eine neue Vertraute. Das ist das Wort, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Ich habe die ganze Zeit versucht, ein ordentliches deutsches Wort für Confident zu finden. Die Antwort lautet natürlich Vertrauter. Und ich kann wieder lesen und ich habe zum Glück ein neues Buch dabei, nämlich Ghost Encounters. Erinnert mich an einen sehr guten Horrorfilm namens Grave Encounters. Ehrlich jetzt, guckt euch den mal an, wenn ihr auf Horrorfilmen steht und den noch nicht kennt. Grave Encounters, ein Astreiner Horrorfilm. Es gibt viele Leute, es ist so Found Footage mäßig gemacht, also mit so einer, äh, shaky Handkamera. Aber ich würde mal sagen, in dem Fall geht das klar. Es ist nicht so doof wie Paranormal Activity sind es richtig geil gemacht. Grave Encounters. Ja, mein Tipp für einen gruseligen Abend. So. Ja, irgendwas über Geistergeschichten, was garantiert weitaus weniger gruselig ist, als es klingt. Hey, hey. Naja. Sind auch noch nicht ganz durch, aber wenn, dann kriege ich noch ein bisschen Mut dazu. Und ich muss für etwas, das ich später noch machen will, was auch mit diesen Confidence zu tun hat, unbedingt meine Kindness erhöhen. Oh mein Gott. Ja, und das ist leider nicht Kawakami, also müssen wir heute leider Schule haben. Es ist tatsächlich schon Juli und es pisst trotzdem noch. Regnet das in Japan echt so auf dem Juli oder im Sommer? Ah, mal sehen. Keine Ahnung. Ja. Also offensichtlich, keine Ahnung. Also offensichtlich ist es in Japan echt so nass, wenn sie sich ja darüber aufregt, dass Juli und August dann auch noch so lang sind, weil die beide 31 Tage haben. Ja, kennst du den Grund, warum Juli und August beide 31 Tage haben? Um die Sommerferien länger zu machen? Bestimmt nicht. Weil die Sonne länger draußen ist? Äh, irgendein Wichtigtuer hat das gesagt. Okay, okay. Äh, passt auf. Ähm. Also ich bin mir nicht sicher. Also, es könnte was damit zu tun haben, aber ich glaube ehrlich gesagt, das hat mal irgendeiner einfach festgelegt, dass das 31 Tage sind. Na, aber ich, ich, ich schaue es mal nach. Ich will mir den Punkt in Wissen sichern, also. Na, bis gleich. Ja, ihr werdet es nicht glauben, aber die Antwort ist tatsächlich, irgendein Wichtigtuer hat das halt mal festgelegt. Ich dachte mir das aber. Das ist korrekt. Okay, also die, die Monate Juli und August sind nach zwei römischen Imperatoren, nämlich Julius und Augustus benannt. Die kennt man, ne? Galius Julius Cäsar und Cäsar und, äh, Augustus Cäsar. Und die haben halt diese Monate nach sich selbst benannt und haben dann, die haben wahrscheinlich einfach dann festgelegt, okay, ähm, ja, Moment, was hat er hier? Ach so, ja, also Julius war zuerst da, hat Juli nach sich benannt und der hatte 31 Tage. Und Augustus hat dann hinterher noch August nach sich benannt, hat aber gedacht, okay, das wäre jetzt irgendwie, äh, also das wäre mir nicht gerecht, wenn mein Monat kürzer wäre als der vom Julius. Also hat er einfach gesagt, dann hat jetzt meiner einfach auch 31 Tage. So. Warum nicht gleich 32, weiß man nicht. Vielleicht ist ja deswegen dann der Februar so kurz. Der hat ja nur 28 beziehungsweise 29 Tage. Vielleicht ist das deswegen, weil irgendwelche hochniesigen Herrscher einfach gesagt haben, der Monat, der nach mir benannt ist, muss ganz viele Tage haben. Weiß man nicht. Ja, und sie sagt's auch nochmal, es ist ein Mysterium, warum Männer so stur und stolz über solche albernen Dinge sind. Als Vertreter dieses Geschlechts kann ich sagen, es ist einfach, weil wir Männer sind. Wir sind so. Wir müssen uns eben einfach ein bisschen wichtig machen. Eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt, ist es genau wie mit diesem Let's Play. Ich meine, ich könnte mich einfach hier hinsetzen, in mein Zimmer und für mich alleine spielen. Aber ich habe aus irgendeinem Grund den Drang, das Ganze mit der Welt zu teilen. Sollte man mal drüber nachdenken. Na? Naja. Oder auch nicht. Ich meine, hey, zu dem Zeitpunkt, an dem ich das jetzt hier aufnehme, habe ich immer noch nur zwei Abonnenten und fast keine Klicks auf meinen Videos. Also so im Schnitt wird nur jedes dritte Video von mir überhaupt einmal geklickt. Von daher sage ich mal, und das bei fast 300 Videos, die ich schon hochgeladen habe. Also, es kann, glaube ich, keiner behaupten, dass es mir nur um die, äh, um Anerkennung und Bekanntheit geht, ne? Sonst würde ich das hier schon lange nicht mehr machen. Nein, mir macht das einfach Spaß. Und ich hoffe euch auch ein bisschen. So, jetzt habe ich genug geschwaffelt. Sagt nur auf die Zeit. Ha, ist noch Zeit. Ist noch Zeit. Sorry, aber manchmal. Muss ich einfach ein bisschen rumrabbeln. So, ja, wir haben noch fünf Tage Zeit. Calling Card? Nein. Ich könnte mit ihr rumhängen. Das mache ich auch. Oder? Ich, ich gehe mal zu ihr hin. Ich kann nicht zu ihr hingehen. Okay, gut, dann nicht. Alles klar. Never mind. Never fucking mind. Dann würde ich mal sagen. Was kann ich denn mal machen? Ja, das ist doch, ähm. Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, was könnte ich tun? Also, Kawakami habe ich auf jeden Fall. Ich mache jetzt mal folgendes, ne? Da ich ja bei Kawakami sowieso meinen Rang erhöhen möchte, versuche ich jetzt erstmal, ich gehe jetzt erstmal in die Underground Mall. Genauer gesagt zum Blumenladen. Denn, wie gesagt, ich möchte für eine spätere Sache, die kommt aber noch im Spiel, das dauert noch ein Stück, äh, von der weiß ich aber schon, würde ich gerne meine Kindness, meine Freundlichkeit erhöhen, ja? Und dazu arbeite ich jetzt mal im Blumenladen. So, und das schneide ich aber wieder raus, ne? Das müsst ihr euch ja, äh, ich glaube, das wird euch nicht interessieren. Hier wird nichts Neues oder Interessantes passieren. Also, bis gleich. So, alles klar, ich war noch ein kleines bisschen einkaufen, allerdings, äh, nichts Besonderes. Ich habe eine bessere Nahkampfhafe für Keito und noch eine bessere Nahkampfhafe für Morgana gekauft. Die wird uns, denke ich, im kommenden Bosskampf gut helfen. So, jetzt rufe ich aber doch nochmal Kawakami an. Vielleicht kann ich ja direkt meine Verbindung... Ach so, okay, alles klar, äh, das geht offenbar gar nicht. Ja, Ripp, was mache ich denn dann? Dann würde ich einfach mal sagen... Was mache ich denn dann heute mal noch an dem Tag? Ich würde sagen, ich, äh, würde ja gerne noch ein kleines bisschen die Kindness erhöhen. Und ich habe noch eine Pflanze hier oben stehen. Und wenn man sich um die kümmert, kriegt man auch nochmal Kindness dazu. Also, von daher... Ja, machen wir. Wir kümmern uns um unsere Pflanze. Warum die noch nicht verwelkt ist? Naja. Ich meine, ich habe mich ja nicht so oft um die gekümmert bisher, Ja, aber, was soll's. So, ein Punkt in keinem Station. Zwar natürlich noch lange nicht auf Stufe 4. Aber hey, was soll's. Kann ich noch trainieren? Oh ja, stimmt, das kann ich... Okay, also die Pflanze, sich um die Pflanze zu kümmern, kostet gar keine Zeit. Das habe ich völlig vergessen. Ja gut, okay, dann eben nicht. Und dann würde ich sagen, trainieren wir mal. Hallo Leute, eigentlich wollte ich diesen Teil auch noch mit rausschneiden, aber ich wollte euch nur noch mal ganz kurz was zeigen. Eine der ganz, ganz wenigen Dinge, die mich an dem Spiel doch ein kleines bisschen nerven. Als ich den Palast verlassen hatte, ne? Also vor dem Anfang dieser Folge, war es Yusuke, der gesagt hat, Hey, wir können jetzt die Calling Card senden, aber kein Grund ist zu überhasten. Wir sollten uns vorbereiten, denn ein schwieriger Kampf könnte vor uns liegen. Hab ich gemacht, oder hab ich zumindest immer noch vorzumachen, denn ich hab ja noch ein paar Tage Zeit. Und wer nervt mich hier als allererstes, dass ich jetzt unbedingt zum Palast gehen sollte? Richtig, er. Ich meine, es ist die Calling Card. Es gibt nichts mehr in diesem Palast zu tun, außer den Bosskampf zu machen. Und das kann ich also wirklich noch am allerletzten möglichen Tag machen. Beziehungsweise zwei Tage vorher, weil ich brauche ja einen Tag, um die Calling Card zu senden und dann muss ich auch rein. Oder? Ne, doch am letzten Tag, oder? So, egal jetzt. Ähm, die Frage ist, was mache ich jetzt noch? Es sind noch vier Tage, also mindestens zwei Tage werde ich hier jetzt noch vertrödeln lassen. Und ich würde mal sagen, ich schaue mal, ob ich mit jemandem abhängen kann. Ich gucke mal in der Underground Walkway. Ich schaue mal, ob ich Arn irgendwo finden kann oder irgendjemand anderes. Mit Yusuke sehe ich schon, kann ich hier nur sprechen. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich weiß, was ich mache. Oder vielleicht schneide ich es auch ganz raus, dann erzähle ich euch einfach hinterher davon. So, Leute, da bin ich wieder. Also, ich habe nichts allzu Besonderes gemacht. Ich habe nochmal im Blumenladen gearbeitet, wegen der Freundlichkeit. Und dann bin ich zu Big Bang Burger gegangen. Dort gab es ja noch diese Challenge mit diesen Riesenburger. Die habe ich dieses Mal auch bestanden. Das heißt, ich habe auch nochmal zwei Punkte in allen anderen Social Stats bekommen. Und ich habe jetzt mich entschieden, an der Stelle mal kurz noch einzusteigen. Und zwar, hier wird nämlich ein Name genannt, den ich auch im Internet gelesen habe. Hifumi Togo. Ich verrate mal noch nicht, wer das ist. Ich weiß nur, dass sie auch ein Confident ist. Äh, nur mal so, dass ihr jetzt schon mal mitbekommen habt, dass hier ihr Name das allererste Mal gefallen ist. Aber sie wird wohl erst später im Spiel nochmal kommen. Äh, fragt mich nicht, wann genau. Ich habe es mir nicht so genau durchgelesen. Und selbst wenn, würde ich es euch nicht sagen, na, aus Spoilergründen. Aber Hifumi Togo, wie gesagt, mit der werden wir auf jeden Fall noch zu tun haben. Ja, eine hübsche Shogi-Playerin, was auch immer, was auch immer Shogi sein soll. Halt irgendein Spiel. Und Morgana rät uns dazu, dass wir dieses Spiel Shogi vielleicht lernen sollten, denn Shogi-Strategien scheinen wohl auch im Metaverse zu funktionieren. Ja, von mir aus. Okay, ich würde aber mal sagen, jetzt ist die Zeit definitiv ran, ne. Ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Einen Tag werde ich mal noch nutzen, um so ein bisschen, also den Tag jetzt werde ich mal noch nutzen. Einmal werde ich auf jeden Fall noch mit so Jiro abhängen. Ich weiß, dass das zur Zeit geht. Und ich gehe vielleicht jetzt einfach nochmal in den Blumenladen, wegen hier, na, ihr wisst schon, ne. Also Kindness will ich auf jeden Fall, ähm, aufs Maximum bringen. Naja. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, hier mit mir noch die Tage totzuschlagen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte ein Like da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Oder vielleicht sogar einen netten Kommentar, das wäre sogar noch schöner. Und ansonsten, sehen wir uns das nächste Mal, Leute. Haut rein. Auf Wiedersehen.